Och nö. Och nö. Nein. Na gut, nochmal. Einmal versuche ich es noch. Ich habe ja noch Zeit. Okay, so weit bin ich noch nie gekommen. Das ist interessant. Diesmal stelle ich mich auch besser an und habe dann da mehr Leben. Nein, Moment, ich muss sterben. Denn ich kriege nicht mehr so viel Leben. Ich kriege zwar immer wieder Herzen da unten, aber die bringen mir nicht so viel, wenn ich in die Stacheln dann später reinfliege. Deshalb muss ich möglichst versuchen, hier durchzukommen. Durch B1 ohne Schaden zu nehmen. B2 kriege ich nicht hin, ohne Schaden zu nehmen. Aber dann kann ich in B3... Nein, ey, komm schon. Ich aktiviere den Booster immer zu früh. So, noch einmal bitte. Ja, danke. Okay, 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 okay. Konzentrier dich. Ja, bla bla, Waffen auf Level 1 ist mir jetzt egal. So. Hoch, wunderbar. Wäre das schon mal geschafft. Nein, die möchte ich haben. 1, 2, Level 2, gut. Dann lasse ich direkt ausgerüstet. 6 Raketen. Wieso habe ich nur noch 6 Raketen? Na egal, was soll's. So. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Die habe ich anscheinend alle eingesehen mit den Kristalle, die da drin waren. Habe ich das auch schon gemeistert. Und jetzt... Oh, naja, was soll's. Immerhin, ich habe es geschafft. Wir nehmen Curly mit. Und jetzt versuche ich mich durch das hier zu kämpfen. Und die haben mich direkt natürlich schon erwischt. Sie sind so unfair, die Viecher. Aber wenigstens gehen die mir unter Wundbarkeitszeit. Das heißt, ich... werde dann nicht von den Blöcken, die mir mehr Schaden machen, verwundet. Hier, Mistviecher. So. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Okay, hier. Scheint keiner aufzutauchen. Das heißt, ich kümmere mich erstmal in die weiteren Engel. Ai, da taucht doch einer auf. Okay. Was zum... Oh Gott. Moment, das Herz möchte ich haben. Mhm. Mhm. So. Nein! Ich habe mich treffen lassen. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Oh nein! Komm schon! Es läuft so gut. Ich muss hier jetzt durch. Weiter, 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 weiter. Komm schon. Ja, geh da rein, 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 geh da rein. Wow! Wow, 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 wow. Okay, ich habe noch 27 Leben. Diesmal bin ich besser dran. 31. Okay. Wieder konzentriert. Ihr kommt jetzt schon? Okay, dann kümmere ich mich jetzt schon mal um euch. Kommt nur her! Ihr kriegt mich nicht klein. Aber ihr gebt mir Herzen, das ist nicht gut. Und Raketen. Kann ich beides gebrauchen. So. Ihr seid auch Geschichte. So. Möchtest du nicht runterkommen? Ja, möchtest du gut. Ob ihr möchtet, aber mich nicht töten. Aber ich möchte euch töten. Unbedingt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und, falls es euch vielleicht schon aufgefallen ist, dass die Grafik hier, also wie es hier aussieht, genauso ähnlich sah es im Statuenraum aus. Es gab auch diese Säulen und diese Steine. Es sah halt alles bloß ein wenig besser aus, weil es nicht von Killerengeln gewindelt hat. Sondern, weil da Statuen waren, die ganz gut aussahen. Aha. Okay, ach egal. Raketen sind mir jetzt sowas von wurscht. Ich möchte alle Herzen haben, die ich sammeln kann. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich den Boss bekämpfen soll. Du stirbst bitte. So, kann das nicht jetzt schon aufgehen hier? Aber nein, das geht natürlich erst auf, wenn ich auf der anderen Seite bin. So. Wow, wie viel hältst du eigentlich aus? So. Achso, ich kann euch sowieso nicht kaputt machen von so weit, bevor ihr euch nicht bewegt. Aber den dahinter. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Gut. Komm schon. Geh auf. So. Warten, 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 bis es explodiert. Gut. Dann gehe ich immer hier hin. Da kann ich mich nicht treffen. Und runter. Gut. Und jetzt, sobald ich hier nach links gehe. Wunderbar. Kommt ihr. Ihr blöden Mistengel. Ihr rettet mich nicht nochmal töten. Ihr habt mich getötet, als ich hier das erste Mal war. Obwohl ich es endlich geschafft habe, direkt am ersten Mal durchzukommen. Und dann tötet ihr mich. Ihr seid so unwarmherzig. So. Komm schon. Geh auf. Bäm. Bäm. Herzen. Das geht jetzt natürlich auf. Ne? Ja. War ja klar. Oh Mensch. Machen wir es so. Gut. Ein bisschen springen. Und ausweichen. So. Jetzt kann ich auch durch. Oh Gott. Geh weg. Wie war das hier noch? Erstmal du. Du bist Geschichte. Euch habe ich doch mit dem, genau. Euch habe ich mit dem Wind Circle Stars fertig gemacht. Einer ist unten. Okay. Der ist gerade das letzte Mal als zweites. Er ist gestorben. Dann kann ich euch so fertig machen. Ihr gebt mir sogar Herzen. Das finde ich wunderbar. Aha. Okay. So. Ich möchte euch gerne treffen. Ich möchte auch gerne dich da hinten treffen. Ich möchte dich treffen. Ich möchte... Hallo. Ey, die wehren das alles ab. So. Einmal getroffen. Gut. Einmal getroffen. Ich glaube, der ist Geschichte. Dann gehe ich erstmal hier unten hin. Okay. Wie habe ich das gemacht? Ah, gut. Ich kann nicht mit dem Wind Circle Stars ausschalten. Und ich habe erstmal euch kalt gemacht, ne? Ja, habe ich gemacht. Ihr haltet Gott sei Dank nicht viel aus. Ihr macht zwar viel Schaden, aber ihr haltet nicht viel aus. Wobei, er macht eigentlich auch nicht so viel Schaden. Es ist halt nur das Problem, dass ihr alle so in unzähligen Mengen auftretet. Mistviecher. So. Und da sagt noch einmal, Engel seien friedliche Kreaturen. Nee. Die halten echt viel aus. Gut. Feuerball. Kann ich hier... Nein. Kann ich nicht. Ah. Ich möchte die Herzen da haben. Wobei, ich kriege jetzt, glaube ich, sowieso genug. So. Wunderbar. Hier. Ah, wunderbar. Wunderbar. Volles Leben. Volles Leben, Leute. Ich habe hier volles Leben. Wenn ich jetzt mich nicht treffe... Oh Gott. Ich habe euch vergessen. Ich muss echt auf jeden Schritt aufpassen. Von wo welcher Gegner kommt. Sonst bin ich bald Geschichte. Aha. So. Dann wird hier die Geschichte vom Roboter erzählt. Und nicht vom Ball aus. Von dem Roboter, der sich von allem besiegen ließ. So. Okay, okay. Sorry, Leute. Ich rede gerade wieder zu wenig. Merke ich. Äh. Ich... Das liegt da immer noch daran, dass ich mich hier unglaublich versuche zu konzentrieren, um möglichst gut durchzukommen. Ohne Schaden zu nehmen. Und bisher hat es ja funktioniert. So. Das aktivieren wir mal. Na, ich gehe hier rüber. Na gut. Das hätte auch gereicht, wenn ich da stehen gebieden wäre. Jetzt kommen doch bestimmt... Wenn ich... Achso. Wenn ich da drauf gehe, kommt von da. Ja. Ich habe mich treffen lassen. Nein. Okay. Das war ein bisschen doof. Ich habe mich dreimal treffen lassen. Das hätte nicht sein dürfen. Ich hoffe, ich finde gleich noch ein bisschen Lebensenergie. Oh Gott, oh Gott. Komm schon runter. Hier, ich möchte dich... Bitte treffen. So. Ähm. Dich. Ja, dich möchte ich auch noch aktivieren. Denn da komme ich am besten durch das Obere. Das ist mir jetzt egal. Das bringt mir sowieso nichts, da oben anzugreifen. Aber... Von der Mitte aus. Da kann ich einmal rüber. Und dann... Hier. Muss ich nach oben und... Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist... Wow. Das ist so gut, dass ich hier Curly habe, die mir hilft. Ohne Curly wäre ich, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen. Aber hallo, wäre ich aufgeschmissen. So, jetzt möchte ich euch töten. Hallo, ich dachte, ich möchte euch töten. Warum hat das nur einen Schaden gemacht? Egal. Ich möchte vor allem die 24 Raketen haben. Und hier noch kommt direkt der... Oh nein. Was? Wieso habe ich... Moment. Warum habe ich nur noch 32? Ich hatte doch gerade eben noch 40 Leben. Oh Gott. Und da kommt der... Boss-Gegner, wenn ich mich nicht... Oh nein. Nein. Och nö. Wieso habe ich jetzt schon wieder Schaden genommen? Also wieso bin ich jetzt wieder reingeflogen? Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Okay. Okay, okay, okay. Ich versuche es jetzt mit 22 Leben... ...dich zu schaffen. Okay. Gut. Nimm Schaden. Was? Wieso? Kann ich dich nicht... ...verletzen damit? Ah, nur in der Mitte. Alles klar. Oh. Okay. Moment. Das müsste doch auch mit einem aufgelesen... Ja, aufgelahner Leser. Aber die kleinen Engel bereiten mir hier Schwierigkeiten. Mhm. Okay, dann machen wir es so. Das dauert zwar etwas länger, aber wenigstens sterbe ich dabei nicht. Hoffentlich. Okay. Okay, ganz vorsichtig. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Ich habe mich schon wieder... Nein, ich habe mich nicht verhindert. Doch, jetzt habe ich mich treffen lassen. Ich mag euch nicht, euch Engel... Hey. Ah, das ist... Oh Gott, da ist ein Herz. Was? Ich habe mich schon wieder... Nein, ich habe nicht mehr auf die... Ah, Runden-Dinger geachtet. Hier ist einfach viel zu viel, das mir Schaden macht. Und viel zu viele Sachen auf dem Bildschirm. Ah, Entschäfer noch nicht bin... Geschichte, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Leute. Mann. Ja, ich bin gestorben. Nein. Ich möchte nicht nochmal machen. Äh. Ich mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns. Wir sehen uns.